Seit gestern dem 4.10. befindet sich der Extraktions-Shooter Marauders nun noch offiziell im Early Access und kann nach Kauf des Spiels nur noch ohne zeitliche Begrenzung vollständig gespielt werden. Was sich im Gameplay des von vielen getauften Space Escape from Tarkov erwartet, erfährst du natürlich wie immer im Video. Die Entwicklung von Marauders verfolge ich schon länger und habe bereits an diversen Playtest mitgemacht und man muss sagen, von den Closed-Beta-Versionen bis zum fertigen Spiel hat sich doch noch einiges getan. Darauf werde ich gleich nochmals genauer eingehen, wer noch mehr zu Marauders sehen will, der kann noch gerne mal bei Twitch vorbeischauen unter twitch.tv slash swishytimen, Link ist in der Videobeschreibung, dort gibt es wirklich sehr viel Marauders aktuell. Dem meisten von euch wird Escape from Tarkov natürlich ein Begriff sein und wie Entwickler Small Impact Games auch offen sagt, hat man sich bei Marauders natürlich auch hier inspirieren lassen. Allerdings wurden auch viele neue Elemente reingebracht und das Spiel ein wenig casual-freundlicher gemacht bzw. verändert's. Bevor wir überhaupt ins Kern-Gameplay starten können, baut man sich Extraktions-Shooter-typisch ein Loadout zusammen, je nachdem was man mitnehmen möchte. Nur eine Pistole für einen einfachen Lootrun oder gleich zwei Primärwaffen, um ordentlich auf Killjagd zu gehen, alles ist möglich. Dabei gibt es natürlich auch Rüstungen, Helme und einen Rucksack, aber was natürlich sofort hier auffällt, den Umfang und vor allem die Komplexibilität eines Tarkovs wird zwar hier nicht erreicht, dafür ist es aber auch umso zugänglicher und vor allen Dingen verständlicher für jeden Einsteiger bzw. Spieler. Ein weiteres Element von Marauders, was wirklich sehr interessant ist, ist eben auch der Weltraum. Zu Beginn des Spiels starten wir mit einem Raumschiff, welches von uns im späteren Spielverlauf auch durch größere Schiffe ausgetauscht werden kann und verbessert werden kann. Im Weltraum selbst können wir uns Gefechte mit anderen Spielern und NPC-Schiffen liefern bzw. deren Crews. Sollte unser Schiff zerstört werden, können wir mit einer Art Rettungskapsel uns auf die Jagd nach anderen Spielerraumschiffen machen und versuchen, das feindliche Schiff zu entern, indem wir dann die Besatzung ausschalten oder zum Extraktionspunkt fliegen. Auf die Main-Raid-Basis kommen wir allerdings nur mit einem richtigen Raumschiff und nicht mit einer Rettungskapsel. In der Raid-Basis, wovon es nun zum jetzigen Zeitpunkt gleich sechs verschiedene Maps gibt, spielt sich das Ganze typisch Extraktions-Shooter-like. Wir gehen mit unserem zusammengebastelten Loadout auf die Map, bekommen es dort mit anderen Spielern zu tun und auch wieder NPCs, die wir natürlich auch ausschalten müssen. Selbstverständlich gehört auch ein Loot-System dazu, wo wir allerhand Kisten und Gegenstände looten können. Neben konsumierbaren Gegenständen wie Verbänden und Nahrung finden wir aber auch Schrott und andere Bauteile, um diese für Quest-Gegenstände einzutauschen. Die Loot-Palette ist bei weitem zum aktuellen Zeitpunkt nicht so umfangreich wie in Escape from Tarkov und fällt zum aktuellen Zeitpunkt doch recht klein aus. Dennoch schön gemacht, es gibt diverse recht seltene Gegenstände, die uns auch das Gefühl des typischen Nervenkitzels eines Extraktions-Shooters geben. Wir kennen das Prinzip, alles was wir in den Taschen haben und dabei sterben, ist natürlich weg. Nur unsere Gegenstände, die wir quasi im Stash haben, bleiben eben auch beim Tod bestehen. Haben wir nun unsere Taschen erfolgreich in der Raid-Basis vollgemacht und konnten entkommen, müssen wir zu dem Punkt zurück, wo wir unser Raumschiff angedockt haben und dann richtig entkommen. Selbst auf unserem Rückflug zur Ausgangsschleuse können andere Spieler uns noch mit ihren Raumschiffen abfangen und quasi unseren Loot klauen bzw. unseren Raid vermasseln. Im Gameplay ist natürlich auch das Gunplay wichtig und das Ganze ist wirklich ein Mix aus Hardcore-Shooter und Casual-Shooter. Ein offensiveres Vorgehen als in Escape from Tarkov ist definitiv möglich, allerdings reinrushen wie in Call of Duty und Co. wird meist schnell bestraft. Hierbei hilft natürlich auch ein recht starkes Soundsystem. Man muss wirklich sagen, man hört Schritte sehr gut, man merkt auch, wenn Gegner in der Nähe sind, aber ganz so richtig lokalisieren, ob sie gerade neben einem stehen oder eventuell noch oben drüber, das ist hier eben noch nicht so einfach. Ansonsten wenig überraschend im Gameplay, wir steigen Level auf, geben gelootete Gegenstände ab, um Quests zu erfüllen, wo wir als Belohnung Erfahrungspunkte bekommen, Waffen, Geld und andere Gegenstände und dazu stößt auch noch ein recht umfangreiches Craftsystem. Wir können uns bei dem Craftsystem mit unserem recycelten Schrott und gefundenen Ressourcen, Rucksäcke und Konsorten bauen und teilweise sogar Waffen. Insgesamt ist Marauders noch in der Early Access Phase, also ist noch nicht offiziell erschienen, es kostet gerade knapp im Angebot 23 Euro auf der offiziellen Webseite und dafür ist das Ganze wirklich sehr gut. Natürlich braucht Marauders noch ein wenig Zeit, es gibt noch hier und da ein paar Bugs und das ganze Spielprinzip muss noch ein wenig ausgebaut werden, um quasi eine gute Komplexität zu erreichen, aber ich persönlich bin zum aktuellen Zeitpunkt jetzt wirklich sehr zufrieden. Auch zu den letzten Beta-Phasen und Playtests hat sich noch mal einiges geändert, wir haben nun auch eine deutsche Synchro, zumindest eben nicht vertont, aber eben auf den Gegenständen bzw. auf den Tafeln, die wir im Spiel finden werden. Ich habe aktuell wirklich sehr viel Spaß an Marauders und ich hoffe, dass Entwickler Small Impact Games dem Spiel sehr viel Liebe schenkt und quasi kontinuierlich daran weiterarbeitet und wir in naher Zukunft einen richtig guten Escape vom Tarkov-Konkurrenten haben. Auch zum aktuellen Zeitpunkt in der sehr frühen Early Access-Fassung macht das Ganze sehr Sinn, sich das bereits zu holen, weil es wirklich extrem viel Spaß macht. Genug von mir an der Stelle, hast du bereits Marauders gespielt und konntest dein Interesse für das Spiel wecken? Schreib gerne mal deine Meinung zum Spiel in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns auf Twitch, twitch.tv ist echt Swishy Time, ich bin raus, euer Swishy.